Als nächstes haben wir Tarek und Senshi mit WhoRed, produziert bei Cosmo Jamal, aber das Ding hat auch schon über 50.000 Klicks, also ich bin jetzt auch nicht so unbekannt, also ich hab hier noch nie was von denen gehört, aber die sind glaube ich schon mehr in den Underground, so ein bisschen bekannter. So, 200 Kommentaren und alles, sieht eigentlich ganz stabil aus alles, also ich glaube die sind schon ein bisschen etablierter in der ganzen Sache, hat ja hier der gute Knast Reportage, das sind ja Kollegen von dir, aber die haben auf jeden Fall schon ein ganz anderes Klicklevel und alles, kann man schon sagen, da können wir ja nicht groß viel verändern, da sind doch schon 2500 Daumen hoch und hier 50.000 Klicks. Also, da können wir ja nicht so viel bewirken, sag ich mal, ne? Können wir uns aber trotzdem mal an, ne? Hier ist Drill. Ey, das hört sich aber geil an, ne? Ich hab noch nicht so viel Drill an sich gehört und so, ne? Aber hier, sauber gemischt. Die Stimme kommt da richtig geil in der Hook, ne? Beat ballert richtig schön rein, auch dieses Das ist ja dieses typische Drill-Element, ne? Also, ne? Da zum Beispiel Nice, Alter. Ich mach die Hood zum Trap-House. Packets wie UPS, ne? Dann kriegst du's safe. Ja, und hier, ne? Dark Heather nennt, Alter. UPS, ihr wisst Bescheid. Aber auch hier wurde mit den Droppen, Droppen ab, aber, ne? Nicht nur Droppen, sondern halt Droppen ist ja auch so, die gehen ja ab. Halt hier wie Panini, ne? Damals noch die Panini-Stickern, ne? Die kennen wir noch. Die ganzen Oldschooler kennen das ja noch. Boah, denn ich schau mich rum, denn Ratten kommen von vorne, ne, kommen nicht von vorne, denn von hinten rum. Ist so. Ja? Immer Hinterrücks. Leider wahr. Was für Tage sie entspricht den Anforderungen. Hast du Männer, die lässt dann wie Frauen. Halt dein Mund wie ein Bodo Stumm. Augen auf mir, kein Kennzuh-Pulli. Sind im Ben, du Juk. Mach die Airbnb zum Trap-House. Gorilla, du gehst Pess auf. Ich muss Habs, du nicht kennst vorm Inn, um zu wissen, ich gehör da nicht hin. Step mit Spliff wie ne Fackel in Hand bei der Bitch und fucke das ab. Yo, ich geb Geld aus, mach die Hoodwet zum Trap-House. Oh, Tom-Pari, du gehst Blackout. Yo, ich geb Geld aus für Kleidung von LV. Einfach mit mir und sitz dir safe aus. Safe, ey. Mach die Hoodwet zum Trap-House. Boah, geile Hook, man. Vor allen Dingen auch, wie der Flow in der Hook ist, ne? Mach die Trap-House in der Heat, da in der Vertu. Perfekt aus, do the bat, aus, do the rap, 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 rap. Wie der einfach komplett durchfloat, aber trotzdem auch noch den Druck da in der Stimme noch behält, ja? Voll geil, ey. Spiel nicht mit uns, spiel lieber mit deinem Kind. Also Ansagen gibt's da auch nochmal raus, ne? Oh, ein letztes Schneiden wie Frau Holle, Alter. Hier, Geschichtskurs auf jeden Fall auf dem Flieg, ey. Geil. Ey. Das war ein richtig geiler Flow gerade. Schöner Double-Time. What the fuck? Spiel nicht mit uns, spiel lieber mit deinem Kind. Nachts unterwegs und ein Becher von einer Gin. Pirdolle, wieder in Bänder verliehende Knolle. Warum tun wir immer das, was sie nicht sollen? Können nicht vor Kamer fliehen, aber vor Bulle. Immer nass, riech und coole. Plus Habibi lässt sich schneiden wie Frau Holle. Egal Euro oder Dollar oder Yen oder Rubel. Kopffleisch, Bauch und Dübel. Gib mir ein Becher und kein Dübel. Restfleisch. Oh, das ist kein Wundermann und noch kein Wunderland, so wie bei Alice. Oh, Junge, Junge, Junge. Oh, Junge, Junge. Bös, Alter. Bös. Alter, wie das Ding einfach scheppert. Boah. Aber ey, der zweite Part, ne. Boah, Alter, was ein Flow. Wtf, Mann. Ey. Ich kam da gerade voll nicht klar. Ich war gerade wirklich komplett in dem Flow drinne, so. als wäre ich gerade in den Flow reingejumped so und dann, boah, Junge kam da gar nicht auf die Situation gerade zurecht du warst da voll drinnen, weil du hast den Flow gehört und der war unmenschlich Alter, der Flow war einfach unmenschlich kannst du sagen, was du willst, Alter, der Flow war krank also der zweite Part ist, Junge, Junge, Junge der hat ja aber wirklich komplett abgerissen da ne, wirklich krass krass Ding, also auf jeden Fall ein Abo und natürlich ein Like wenn ich das jetzt teile, das wird nicht so viel ausmachen aber trotzdem, hier ist der Linke auf jeden Fall ein ganz krasses Ding, boah Alter, wat für kranke Flows, what the fuck also da wurde komplett durchgebounced, aber so wat von da wurden keine halben Sachen gemacht, da war auch nicht darauf bezogen, wo auf Rapper aus Deutschland bezogen wow, wow, wow boah, der zweite Part ist richtig KO, man, ja man auf jeden Fall, nice Ding, auch wenn ich das Thema nicht fühle, ja das Thema hab ich auch nicht gefühlt, aber der Flow, ey, der Flow den hab ich, also den Flow hab ich hundertprozentig gefühlt, der war der war anders der war aber richtig abgespaced what the fuck, man what the fuck oi 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 da muss man erstmal ein bisschen runterkommen auf die Sache, ich jetzt gerade nach zwei Stunden, dreiundfünfzig Minuten nehm ich mir den ersten Schluck, ja Leute, das ist brutal das hat geknallt hundertprozentig also da muss ich auf jeden Fall die Kehle befeuchten boah, gut so jetzt geht's mir besser oi 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 abnormal, was hier alles abgeht heute, ne, wirklich man, man, man heute ist wirklich ne sehr, sehr geile Sache, ich hoffe, dass wir das öfters mal haben trotzdem, Killersong, ich wollte eigentlich eine rauchen gehen, aber er hat mich an den Stuhl gefesselt, aber sowas von du, ich kenne viele, die das hassen ich mag es auch nicht immer, die meisten verstehen Drill nicht so richtig ja, ich selber würde nicht auf Drill Beats rappen, so, weil ich glaube, da musst du wirklich voll in dem Film sein ich bin überhaupt nicht in diesem Film drin, genauso wie mit Autotune und so bin ich auch nicht so, ich bin dafür nicht so krass, ne ähm, aber die machen das richtig gut also ich hab da auch schon mal Wuppertaler gehört, die haben auch richtig krass, so krass den Drill Sound drauf gehabt, ja und ansonsten, ähm hab ich schon öfter mal auch bei so Live-Performances, wo dann wirklich auch so Drill-Künstler am Start waren das ging richtig krass nach vorne, ne also ich kann das so selber auch ein bisschen feiern, so, aber ich fühle es halt nicht so krass, ne das ist halt der Unterschied, so ich feiere es irgendwie, ne, weil ich gehe da trotzdem irgendwie drauf ab, weil die Beats einfach geisteskrank sind, ja aber es ist halt nicht so, dass ich sowas jetzt, äh, zu Hause irgendwie jetzt trotzdem die ganze Zeit pumpen würde, oder so, ja aber wenn ich es mir anhöre, so live oder so, gerade diesen Moment mitnehme boah, sorry da kann ich nicht still sitzen, so, da muss ich auf jeden Fall mitweiben, so, das geht nicht anders dein Körper macht, was es will äh, oder was er will dein Körper macht, was er will hab mich nie damit auseinandergesetzt mit dem Drill Sound ist auch nicht so, ne, das war ja glaube ich hier Pop Smoke und so, hat das glaube ich so ein bisschen ins Leben gerufen und so, ne ja, also Rest in Peace auf jeden Fall an Pop Smoke aber ich glaub, der hat so den Drill Sound so richtig, ähm der ist ja salonfähig gemacht, ne und rap einfach, wie ich Bock auf Pop of the Drill so, ich war schon trotzdem Movie, aber aber erst mal zweimal gemacht hier, Drill, genau so, aber lasst uns jetzt auf jeden Fall mal weitermachen, Leute, das ist, äh das ist echt geil das geht auf jeden Fall gut nach vorne also da konnten wir jetzt nicht so viel ausrichten, ne, weil das läuft ja, läuft ja wie geschnitten Brot hier, ja deswegen bis zum nächsten Mal Vielen Dank.